Willkommen zurück zu Let's Play Half-Life. Ja, ich bin Lars Wiener, ich bin hier auf dem unterirdischen Planeten Sinn und ja, ich hoffe, dass das hier der Weg ist, den ich einschlagen muss. Und wenn nicht, dann bin ich... Oh, super. Gut. Probieren wir es einfach mal. Wo geht es denn hier lang? Was ist das für eine komische Suppe? Ist die gefährlich? Nein, ist es zum Glück nicht. Umso besser. So, he he he. Hallo Gordon. Wie geht es dir denn? Ich bin hier in dem außerirdischen Land. Gut. Ja. Nein, Headcrap. Ich sagte nein, Headcrap. So, Headcraps sind böse Viecher. Ich hasse sie. Sie kommen einfach aus nix und krabbeln mich an und so. Ey, nix ist. Na, ich dachte, es mir schon passt. Bam. So. Toll. Ich habe volle Lebenspunkte. Wieso soll ich dann... Na gut, okay. Okay. Ähm, wir schauen hier natürlich noch ein bisschen weiter rum. Lass uns von diesen komischen Viechern hier nicht erwischen. Sie sind nämlich hässlich und brackig und ich mag sie überhaupt nicht. Äh, 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 was quasselt denn hier so komisch? Wow, alter. Wie kommt denn da runter? Ah, sehr cool. Wow. Gut zu wissen. Ähm, ja, da kommen wir wahrscheinlich wieder raus. Also gehen wir erstmal hier lang. Gucken uns hier nochmal ein bisschen um. Oh, cool. Wir kriegen hier nochmal ein bisschen Muni und so. Hm. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Ne, irgendwie nicht. Natürlich nicht so cool. Naja, gut. Okay, dann werden wir uns wohl... Darunter ge... Warum zum... Was ist das? Wieso ist das so? Muss das so sein? Das war doch vorhin auch nicht so, oder? Von hier kam ich, oder? Na gut, okay. Dann gehen wir jetzt wieder den ganzen Weg zurück. Und... Ach ja, genau. So war das. Hier lang, da lang. Und dann dieses komische, gruselige Ding. Da gehe ich schon mal auf die Pumpgun rüber. Wie haben wir das hier überhaupt aufbekommen nochmal? Das kommt wieder runter. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Oh nein, das ist tot. Ich bin so tot. Nein, nein. Ich überlebe das. Nein! Nein! Derber Shit. Diese Welt ist mir zu gruselig. Ähm. Bam. So, okay. Auf ein neues. Ähm. So. Sehr cool. Na, ist schon wieder so ein doofes Loch. Ich hasse es. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Okay. 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 Dieses Mal wird es mir nicht passieren. Ich werde diesmal ein bisschen mehr auf die Löcher achten, die hier irgendwie rumgeistern. Ich werde es mir nicht machen. Hör auf, mich anzufallen, du Scheißvieh. So. Und dich kriege ich auch noch. Ey, wo kommt ihr denn auf einmal her? Hör auf, wegzulaufen, du Sau. Geht doch. So, und was willst du denn? Du willst auch noch Ärger oder was? Na, komm mal her, ja. Bam. So. Gut. Hab dich. Die sind auch unheimlich, die Viecher. So. Äh. Ah, da oben ist ein Teleporter. Sehr cool. Ähm. Mal gucken, ob ich... Ich bin Zauber Freeman. Ich kann zaubern und mich auf komischen, überdimensional großen Manta außerirdischen Rochen, äh, bewegen. Zack. Jawohl. Geschafft. Quick Save. So. So, wo komme ich denn jetzt hin? Weuh, 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 weuh. Was, weuh, weuh, weuh? Oh, Mann. Okay, die Viecher sind echt uncool. Genauso uncool wie diese Viecher da. Terminated! 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 Und ich kriege auch noch, Kollege. Hör auf, wegzulaufen! Bleib gefälligster stehen! Dankeschön! Nein! Jetzt aber! Geht doch! Da war auf jeden Fall noch ein zweiter, wenn mich nicht alles täuscht. Ich höre ihn doch! Wo bist du hin? Da bist du hin! Bam! Ab ins Knie damit! Du bist auch weg! Ah, sehr gut! So! Haben wir noch irgendwas, was mir weiterbringt oder so? Ne, nix mehr! Ja! Sehr schön! Wow! Schönen guten Tag! Ach, ihr findet euch cool oder was? Ja! Findet euch auch cool! Treffen die Viecher überhaupt! So! Was ist das da? Das ist wieder so ein wundervoller Springbrunnen! Ja! Sehr cool! Okay! Ich glaube, hier ist nichts großartig mehr! Dann gehen wir mal wieder hier! Bam! So! Ich bin da auf wehner die Fliegenfalle! Ich bringe die Fliegen zum Fallen sozusagen! Das Viech hackt doch wieder nach mir! So! Erstmal kurz hier aufladen! Nachladen, besser gesagt! So! Ich traue hier keinen Winkel mehr! Ist doch sicherlich irgendwo ein Headcrab! Ich kenne doch diese Viecher! Die verstecken sich immer genau da, wo man sie nicht... Wutze! Lava! Das, 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 das... Nee! Okay! Das ist cool! Der denkt, ich bin da unten! Ich bin aber hier oben! Und... Komm! Mach Konfrontation mit fettem Vieh da drüben! Äh! Sehr schön! Genau so wollte ich's haben! Nein! So wollte ich's nicht haben! Junge! Na, komm hierher! Na, komm hierher! Na, komm hier! Na, komm hier! Na, ich häng hier irgendwie fest! Oh! Oh! Äh! 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 Dingens! Wenn ich das... Facebook meldet sich auch noch dazu! Ja, sehr cool! Ah! Ah! Das ist voll die Idee! Ich sag ihm, Junge, hier drüben bin ich! Genau! Verziehe mich dann hier wieder rein, wo das Portal ist! Und hoffe, dass der fiese Fettsack mir hinterher gelaufen kommt! Na, komm mal her! Fieser Fettsack! Okay, das war nicht der richtige Weg! Dann versuche ich's einfach mal in dieser Richtung! Die mögen sich anscheinend, die Viecher! Hm! Das ist definitiv nicht der richtige Weg gewesen! Na gut! Hier sterbe ich! War trotzdem schön! Wo bin ich denn jetzt wieder? Jetzt bin ich wieder hier! Na gut! Nimm! 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 Komische Stimme in meinem Hinterkopf! So, gut, okay! Hauen wir erst nochmal die beiden hier wieder platt! Bam! Komm mir doch nicht so an hier! Ich wollte doch nur lieb und nett zu euch sein. Ich meine, außerirdische Rassen gehören ja auf der Erde zur Minderheit, habe ich gehört. Aber die... Scheiß Pflanze! Ja, ist okay. Ich weiß, du bist voll das mächtige Wesen oder so. Deswegen kannst du mir Stimmen in meinen Kopf produzieren. Bam! Eins! Zwei! Oh ne! Ja, komm! Sehr schön. Gut, an dieser Stelle kleiner Quick Save und wir sehen uns gleich wieder, wenn es wieder heißt. Let's play Half-Life 1. Bis gleich!